Moinsen und willkommen zurück bei Mist. So, Nebel ist weg. Ich habe mir in der Zeit, das ist ganz schön lange und gerade jetzt so, wenn man mal überlegt, bei dem Außenposten mit den Scharfschützen. Sind wir da eigentlich jemals weitergefahren? Ich weiß das gar nicht. Deswegen würde ich jetzt nochmal zurückfahren. Weil da hinten, wo wir jetzt hinwollten, kennen wir ja schon, ist die Stadt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir weitergefahren sind damals. Ob da auch Schluss war mit der Karte? Ah, okay. Ah ja, ich erinnere mich, da war ja was. Fahren wir mal nochmal zurück. Ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder gespawnt sind. Wow, mein Auto. Ne, das scheint nicht so. Gucken wir mal. Okay. Also anscheinend fühlt es irgendwo hin. Also jetzt wäre hier glaube ich auch schon bei diesem komischen Barrikade. Oh, das. Oh, alter. Ui, ui. Da ist gerade ein Übel-Skelett. Was wurde da gerendert? Oh. Eine Mine. Kann man das hier abbauen? Speicher war ab. Krass, geil, ne Mine. Warte, 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 warte. Äh, eins. Die kann halt Werkzeug und genannt. Gibt's hier auch? Oh, ist aber dunkel. Das ist so nix und abpacken. Hallo? Gibt's hier gar nix. Medium-Level. Was war das? Äh. Hä? Hä? Ich hab da gerade was aufgehoben. Äh? Nein, 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 nein. Hä? Komisch. Uh, da. Mal zum Abhacken. Was ist das? Achso, das ist das davon. Okay. Komischer Stein. Alter, ist das Sulfur? Yeah, Sulfur. Geil. Klatsch. Klatsch. Meins, 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 meins. Ey, das war mal Sulfur. Das war schnell hier. Das sind zwei Steine. Ja. Das ist das. Wow, drei Steine. Warte mal, wir sammeln mal schnell das hier ein. Standard. So, dass ich mal sehen kann, was das andere ist. Ist das vielleicht eher so eine ergiebigere? Was? Salpeter. Ah, das ist halt, okay. Oh, die Mine ist ja nicht schlecht. Mein lieber Schalmi. Darf mir mal weiter. Wir laufen mal lieber. Nur um Stamina zu regenerieren. Einmal bitten, bitte. Der nächste Stein. Klopf. Junge, das lohnt sich ja richtig hierher zu kommen. Wir testen gleich mal wieder unsere Version mit dem Zurückfahren. Alter. Was war das denn? Hallo? Da links hat sie doch mal bewegt. Da bewegt sich was. Ich sehe es genau. Ah, Alter. Oh. What the fuck? Wer bist du denn? Oh, Junge. Ich hätte noch nicht Treppen gesehen. Warte mal. Safe Game. Huh. Geht noch Stamina? Huh. 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 Oh, wie ist das denn? Alter. Uiuiui. Uiuiui. Huh. 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 Der kann hier hoch. Ah. Ah. Gibt es irgendwas gegen den einzeln? Hier irgendwie halt, ne? Ah. Oh Gott. Huh. Ah. Weg, 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 weg. Ah. Lauf. Lauf. Uiuiuiuiui. Körse. Krass. Körse. Waaaaat. Oh, 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 oh. Ah. Komm her. Geh mich einer mit der Spitzhacke. Hallo? Ah. Alter. Wer ist er denn? Ich habe Durst. Und ich habe ein extra Trink nur mit, ne? Doch. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich habe nichts mit, um ihn... Fuck. Äh. Pff. Ja. Berserker. Mhm. Alter, das ist, äh... Das ist, ähm... Das scheint mir nichts auszumachen, ne? Ah, der. Ah. Whoa, whoa. Ah, das ist... Das ist... Alter, der ist so laut. Ich mach Schaden. Ich mach Schaden. Und er hängt fest. Stürb. Alter. Ich hoffe, er meint Speerheld. Ja, bleib, bleib so. Ich mach Dich fertig. Ich mach Dich fertig. Ich mach Dich fertig. Ich mach Dich. Ich mach Dich. jetzt umboxen, mit einem Bär, Alter. Da fühlt sich irgendwie so eine Leiste. Die Gelbe. Warte mal. Das hat noch 69% der Speer. Ich mach dich kaputt. Was passiert denn, wenn der Gelbe Balken voll ist? Dann transferiert er sich in was anderes oder was? Oh, Leute. Keine Stamina mehr. Nein. Fuck. Alter. Nein. 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 Wir waren so gut dabei, Alter. Wir waren so gut dabei. Oh, ist das ärgerlich. Fuck. Okay. Also da kommen Zombies. Okay. Warte mal. Hier war das, ne? Nee. Oh, krass. Das Zeug ist alles nachgespawnt oder was? What? Ja, nehmen wir mit, ne? Alter. Da. Seit wann ist... Ich weiß nicht. Ist sie immer schon da gewesen? Diese Miene hier und alles? Ich müsste mal in den älteren Folgen reingucken. Das wäre natürlich jetzt auch interessant zu wissen, ob, wenn man sich jetzt hier speichert und neu legt, wird jedes Mal hier neu spawnt. Ich werde jedes Mal hier neu spawnt. Leute. Ohne Witz. Das können wir schaffen. Warte mal. Speer. Stamina. Bitte voll aufladen. Alter, weiter. Der ist heftig, Mann. Ich meine, gut, ja. Der ist heftig. Ich hab ja gesehen. Ich hab ja eine Müdigkeit gefunden, ne? Nicht getroffen zu werden. Ähm. Hm. Es wird Zeit für den Bogen. Wobei natürlich, ja, gut, ich meine, hab ja gesehen, mit dem Speer klappt ja auch. Es dauert ein bisschen. Ich hätte, ja, ich hätte mich ein bisschen drehen müssen, wie diesen blöden Stein, den er geboten hat. Hm. Ich muss gucken, dass ich jetzt gleich da hinkomme, ohne dass er mich tausendmal trifft und ich ihn wieder da hinlocke, in diese Ecke und dann da aufgehe. Das sollte man zu schaffen sein. So, schnell ein Käffchen schürfen. So, stamina ist voll. Speichern. Und laufen. 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 Ah, alter Angst. Komm her. Was? Ah. 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, er sieht ganz schön ab, wenn er mich trifft. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist so scheiße laut. Das ist so scheiße. 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 Gegner, Alter. Oh no, ich bin nicht voll, oder? Oh, shit. Müssen wir erstmal hochbringen. Das Auto. Krass, 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 alter. Kann man sich aber gleich sortieren, sehen wir vom Bad Verrat haben. So. Cooler. Dann haben wir hier noch sowas. Was ist denn das? Zink. Zink ist nicht so viel. Was ist das? Achso, Salpeter. Und Schwefel. Ich habe auch nichts zu essen, nichts zu trinken. Safe Game. Aber wisst ihr was? Ja, komm. Machen wir Feierabend mit der Folge. In der nächsten werde ich da wieder reingehen. Und ich denke mal, ich werde auch mal hier nochmal ein Stündchen schlafen. 18 Uhr. Ja. Genau, so machen wir das. Alles klar. Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und seid gespannt, ob wir in der nächsten Folge die Typen eigentlich weggeklatscht kriegen. Bis dann. Bis dann. Hey.